Anderes Thema Medizinausbildung. Sie wissen, dass etwa 84 Prozent der fertigen Mediziner, die aus Deutschland kommen, innerhalb der ersten drei Jahre wieder nach Deutschland zurückgehen. Bilden wir hier den Ärztenachwuchs für Deutschland aus um österreichisches Steuergeld? Also das Thema Ärztebedarf, Ärztenachwuchs, wo sind die Schrauben, die wir drehen müssen, damit wir hier eine gute ärztliche Versorgung in Österreich garantieren können, ist eine ganz entscheidende und ganz wichtige. Aber das große Thema, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen aufgrund oder basierend auf der derzeitigen Datenlage. Warum nicht? Weil wir hier drei verschiedene Datensysteme haben. Das ist die eine, die Sie angesprochen haben, die der Medizinstudenten. Diese Daten kommen aus dem Wissenschaftsministerium. Dann müssen wir genauso gut den zweiten Topf betrachten, nämlich den Datentopf jener Ärzte, die in Ausbildung sind. Diese Daten hat die Ärztekammer, dafür ist sie zuständig. Und den dritten, das sind jene Ärzte und Ärztinnen, die bereits im Versorgungssystem tätig sind. Die Daten kommen aus der Sozialversicherung. So, wichtig ist, dass wir hier ein Gesamtbild haben, dass wir diese drei verschiedenen in der Mediziner- und Ärzteausbildung notwendigen Bereiche hier zusammenfassen, dass diese Daten hier in ein sinnvolles Gesamtbild gegossen werden. Das habe ich vor wenigen Wochen hier beauftragt. Bis Juni wird ein Bericht dazu vorliegen. Und dann werden wir mit den Verantwortlichen wieder aller, nämlich Sozialversicherung, Bund, Länder, hier ins Gespräch kommen, auch mit dem Wissenschaftsministerium, das ja für die Studien verantwortlich ist, das, was Sie jetzt hier angesprochen haben, auch mit der Ärztekammer, um hier die nötigen Schrauben zu drehen, damit wir den Ärztebedarf für die nächsten Jahre und Jahrzehnte in diesem Land jetzt planen können. Und ich sage, wir müssen es jetzt beginnen und nicht erst in zehn Jahren. Ich bin ja immer ein bisschen erstaunt, dass wir diese Datenlage noch gar nicht haben. Waren Sie darüber auch erstaunt? Nein, die Daten gibt es, aber es gibt nicht diese Zusammenführung der Daten. Das ist etwas, was ich jetzt schon in Auftrag gegeben habe. Es war jede Institution, Wissenschaftsressort, also Wissenschaftsministerium, Unidaten, dann die Ärzte kamen auf der anderen Seite und die Sozialversicherungen haben gesagt, wir haben unsere Daten und jeder hat über das Thema gesprochen, aber die Daten haben nicht zusammengepasst. Und wissen Sie, ich komme aus der Wissenschaft, ich habe sehr viel mit Zahlen und Daten aus der Epidemiologie gearbeitet und ich will hier wirklich eine fundierte, solide Datenbasis haben. Auf Basis einer prekären Datenlage möchte ich keine politischen Entscheidungen treffen, die so wichtig sind für dieses Land wie der Ärztebedarf. Aber es verblüft mich auch in Wirklichkeit, weil das Gesundheitsministerium ja kein Start-up ist in Wirklichkeit, das am 8. März auf den Markt gekommen ist, dass es keine Zusammenführung der Daten bisher gab. Aber ich will auf etwas anderes raus. Es hat ja Deutschland von der EU-Kommission durchgewunken, die BKW-Maut beschlossen und darf die so durchführen, wie sie geplant war, dass nämlich die deutschen Autofahrer das Geld wieder zurückbekommen, dass sie für die Autobahn wie Nähte zahlen. Wäre so ein System nicht auch für Österreich, für das Medizinstudium denkbar, dass man sagt in Wirklichkeit, man macht eine Studiengebühr und die österreichischen Studenten, Medizinstudenten bekämen das Geld dann wieder zurück? Wäre das nicht eine sinnvolle Lenkungsmaßnahme zum Beispiel, um mehr Österreich-Studenten im System zu halten? Also es wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit und ein Vorschlag, den man diskutieren könnte von einem Bündel von Vorschlägen. Aber wie gesagt, ich möchte diese Vorschläge erst diskutieren, vor allem mit den Zuständigen, nämlich dem Wissenschaftsminister an allererster Stelle, wenn wir die Daten auf dem Tisch haben, ob wir denn hier überhaupt ein Problem haben. Vielleicht sind es nicht die deutschen Studenten, die hier abwandern, die das große Problem sind. Vielleicht haben wir ja genug Ärzte und derzeit scheint es so, weil die Ärzte-Dichte in Österreich, Pro-Kopf-Ärzte-Dichte in Österreich ist gemessen an dem EU-Durchschnitt sehr hoch. Das heißt, es scheint auch jetzt so, aber das ist alles ein bisschen voreilig, bevor ich diese Daten wirklich am Tisch habe, dass wir genug Ärzte, Medizinerinnen im Land haben, aber wir haben sie nicht an der richtigen Stelle. Wir haben sie nicht an den richtigen Versorgungspunkten. Und genau das sind die Themen, die wir dann, oder die Schlüsse, die wir aus dieser Datenanalyse ziehen müssen. Wie viele Ärzte brauchen wir? Wo brauchen wir sie? Welche Ärzte brauchen wir sie? Und diese Systematik müssen wir einmal lösen und dann die Schlüsse ziehen, wie kommen wir dorthin. Aber bekannt ist ja, dass von den etwa 4000 allgemeinen Medizinern 60 Prozent 2025 65 Jahre sind und in Mission gehen. Das heißt, hier ist ja ein Bedarf evident. Wir haben in Wirklichkeit 2017, das heißt, die Ärzteausbildung müsste ja jetzt eigentlich beginnen, um dann diese Lücke erfüllen zu können. Haben Sie nicht, sind Sie nicht ein bisschen spät dran quasi mit Analyse und Durchführung? Also ich habe genau seit elf Wochen die Chance, das auch proaktiv anzugehen. Und das war einer der ersten Punkte, die ich hier beauftragt habe. Aber es ist nicht einer der Probleme, dass das nicht alles in einer Hand ist. Das liegt ja nicht nur an Ihnen. Sie haben dann vielleicht zusammengeführte Daten und haben sich ein Bild gemacht und kommen vielleicht darauf, dass es im Wiener AKH zu viele Ärzte gibt, aber im Spital in Rohrbach in Oberösterreich zu wenige. Da kommt aber dann der Spitalsträger, wahrscheinlich das Land Oberösterreich, dazu und die Gebietskrankenkasse die Kassenverträge verteilt. Das ist doch das eigentliche Problem, dass das gar nicht in einer Hand sein kann oder ist. Nein, die eine Hand gibt es eben nicht im Gesundheitssystem. Die berühmte eine Hand, da gibt es eben viele Hände. Aber es gibt jetzt eine gute Struktur, eine gute Arbeitsstruktur im Rahmen der Bundeszielsteuerungskommission, die am 30. Juni ihren nächsten Tagungstermin hat, wo alle Landesgesundheitsräte, das heißt die politisch Verantwortlichen der Bundesländer, vertreten sind. Alle hohen Führenden, auch der Sozialversicherung. Alexander Bierers, neuer Verbandsvorsitzender, wird dort seine erste Sitzung mit uns bestreiten. Und wir müssen gemeinsam, da bin ich ganz bei Ihnen, alle Verantwortlichen genau hier diese Lösungen diskutieren, weil man kann hier nicht nur sagen, was ist im AKH los und in Rohrbach. Und genau das haben wir aber eigentlich im Fahrplan 2021 für die nächste Gesundheitsreform schon beschlossen, dass wir hier ganz klar darauf schauen, Versorgung des ländlichen Bereichs in den nächsten Jahren, ganz wichtiges Thema. Und welche Anreize schaffen wir als Politik, welche Anreize, welche Rahmenbedingungen, um hier die Versorgungssicherheit im ländlichen Raum zu gewährleisten und wie stellen wir die Arbeitszufriedenheit der Gesundheitsberufe sicher, nämlich um hier sichere und genug Ressourcen zu haben, um ein intaktes Versorgungssystem gewährleisten zu können. Und ist das System reformwillig genug, weil die frühere Chefin des Hauptverbandes ist jetzt zurückgetreten und hat gesagt, ich werfe das jetzt hin, weil da geht nichts weiter und ich spüre zu wenig Reformwillen. Also ich sage Ihnen in der Woche, wo Ulrike Radmark-Koller hier zurückgetreten sind, genau in dieser Woche haben sich alle politischen Spitzen der Bundesländer und der Sozialversicherung und meinerseits darauf geeinigt für einen Fahrplan der nächsten fünf Jahre, genau mit den eben besprochenen Punkten, die wir hier umsetzen wollen. Wir werden das jetzt auch unterschreiben, dazu gibt es ein ganz klares Commitment. Wir haben in derselben Woche, wo Radmark-Koller zurückgetreten ist, einen wichtigen Gesetzesentwurf, Regierungsvorlage in Begutachtung geschickt, nämlich das Primärversorgungsgesetz. Ich kann hier keine Reformunwilligkeit feststellen. Nur eine letzte Frage noch dazu, ist es nicht manchmal sehr simpel, warum Ärzte davongehen nach Deutschland etwa, schlichtweg sie einfach dort besser bezahlt werden und schneller Oberärzte sind, also an einer verantwortlichen Position? Ist nicht das eine relativ simpel, also sind Ärzte zum Beispiel in Österreich zu schlecht bezahlt? Also schauen Sie, wir müssen hier wirklich das Gesamtbild sehen und die Honorierung ist sicher ein wichtiger Faktor für die Arbeitszufriedenheit der Ärzte und Ärztinnen und anderer Gesundheitsberufe. Und wie gesagt, wir müssen hier attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Das wollen wir auch mit den neuen Primärversorgungszentren und Anreizsysteme schaffen, damit es Ärzten und Ärztinnen attraktiver erscheint, erstens in Österreich zu bleiben, in ländliche Regionen zu gehen und dort versorgungswirksam zu werden. Das sind ganz wichtige Punkte, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Verantwortlichen lösen und umsetzen werden.